Hallo und herzlich willkommen zum Bowling mit dem Jonny, dem Hund Waldo, Enno, Mr.Avanwe, Superdreifeiger, Felix, der Kater. Schnee rennt schon wieder mit nem Fass rum. Er rennt immer mit nem Fass rum. Er ist K.O.S. und ist einfach auf das Pass. Ok, Dete, jetzt schieß. Schieß! Schieß! Nee, Felix ist K.O.S., der hat nicht vor uns umgebracht. Dete, schieß drauf, los. Trau dich. Trau dich. Schieß drauf. Los, schieß drauf, Dete. Schieß drauf, trau dich. Schieß da drauf. Oh, mein Gott. Ich hab ne Plasma, ich kann nicht sehen, wenn du willst. Ach, der Dete hat keine Ahnung. Felix, also die Katze ist Trigger-happy. Wenn ich umbringe dafür. Alles klar. Warte, kann ich mal? Oh, da fliegt was. Kann ich mal reingehen? Donny? Nee. Ich, wuhh. Die Tür bleibt zu. Wann war uns Schnee sehen auf dem Bowling-Bahn? Ich glaub, der Reaper hat sich eingeschlossen, der will nicht Traskam. Das ist der. Der Reaper kauft, der Reaper ist Trader. Ja, der hat sich extra eingesperrt. Da kam keiner mehr rein. Ja, ja, ich überlege. Felix. Felix. Was, Felix? Da drin ist er. Ich weiß gar nicht. Was denn? Da war irgendwie grad was los. Ich hab keinen Plan, was jetzt hier los ist. Ich auch nicht. Ich bin doch gar nicht gekommen. Felix. Reaper, das war jetzt schon ein bisschen spät. Du bist schon längst tot gewesen, bevor du das gesagt hast. Aber es ist eigentlich gut, dass wir jetzt wissen, dass er wirklich tot ist. Okay, Reaper ist tot und Felix ist Trader anscheinend. Das einzige Problem ist halt, dass ich fast tot bin. Aber... Ja, die Strategie war jetzt nicht so gut. Das macht doch nichts. Das hat funktioniert. Ich mein, ich hab einen Filter bekommen. Der hat gereicht halt. Der hinten ist doch... Nee. Der hinten ist wer? Ja, aber Felix ist auf C. Das wissen wir doch jetzt. Hi. Da schießt er ab. Mann, völlig ab vom Schuss. Ah. Ganz schön da hinten rum. Die Kugel war nicht so gut. Da hinten. Wo hinten? Ja. Warte mal, schießt... Äh, Scheiße. Denk seht ihr nicht mehr. Schießt die Turret auch mich ab? Oder wie? Gute Folge, ich glaub. Ja. Tut er. Okay, dann lass ich sie übergehen. Eno, hallo, hinter dir. Ah! Hallo! Und ja, entschuldige bitte, es war ein bisschen spät. So ein ganz kleines bisschen spät. Ja, ich hatte... Mein Gedanke und mein Sprechen war langsamer als das Spiel halt. Dann war die Zimmer schneller als das Hohn. Dann war die Zimmer schneller als das Hohn. Genau. Sprechen dein Denken, ich weiß schon. Ja, genau. Das Turret auch mich, oder? Äh, in der Regel sollte sie eigentlich das nicht töten, wer es aufgestellt hat. Also sprich, Traitor werden nicht angegriffen oder, äh, Date. Also hätte ich es aufstellen können. So. Theoretisch ja. Mir ist wirklich gedacht, dass sie mich da angst. So schnell. Ne, ne, ne. Trouble Strike! Oh, der leg des Todes. Was? Äh, Weepa, 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 Weepa. habe ihn habe ihn ich glaube wir haben ja schon gefunden ein haben wir noch einser leisten wer ist denn jetzt von uns konzern dass er endo ich bin detektiv ja 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 ich habe er hatte irgendjemand mit der taube getroffen ja ich glaube mich nicht den hier weil du wurde von der taube getötet weil das nächste noch wird kann er oder felix würde ich sagen oder ich war extrem wenn sie ich duellieren ja okay das war gut okay der dte muss aufpassen dass das nicht wegläuft irgendwie oder irgendwas unfaires macht okay ich sehe in meiner kluge nur wenn er meine ich ja wer rauskommt wird abgeknallt der letzte überlebende rauskommt okay der letzte rauskommt wird abgeknallt meine schuhe quietschen passiert hauptsache du hinterlässt keine streaming auf dem parkett kannst du mal sterben bitte gute arbeit ich habe einfach nicht geschossen das war so dumm von mir ist nicht schnell genug losgeflogen mann ich hab die letztendlich also wenn ich jetzt wieder zählen dann bitte kein reaper bitte kein reaper bitte kein reaper bitte kein reaper ja vielleicht sollten wir dann wenn wir wirklich momentan ja dann sollte vielleicht die runden künstlich doch bisschen länger machen ich würde eher alle so zehn minuten machen auf die sekunde genau und dann so viele wie möglich auch bitte nicht rüber bitte nicht rüber jetzt bin ich mir keine weitere äh Waldo ist T Waldo ist T Waldo ist T Waldo ist T Wieso das denn da brennt ein bisschen was ja sie ist einfach eine unschuldige Person getötet Waldo ist in der T-Falle Waldo ist in der T-Falle gestorben sehr gut Waldo Waldo hast du dich selber umgebracht äh hat er Waldo gut gemacht ja das fängt ja gut an hier Waldo ist in der T-Falle getötet genau ich glaub der war nicht wieder mal benutzt ich würde es ihm zutrauen Also der Anno, der macht, ist ziemlich suspicious. Wieso denn? Ich rede irgendwo mit einer Schrotze rum. Schieß mal her. Schieß mal her, ich will wissen, wie viel Munde die hat. Ich habe gerade schon einmal in die Luft geschossen, nur dass du es weißt, um zu sehen, ob überhaupt einer reagiert. Ah, okay. Dead Ringer. Ich habe es auch gehört. Ich habe es nicht gehört, ich stand hier zu weit weg. Ja, ich auch nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht in einem Räum hier drin. Oh, da ist irgendwas explodiert. Irgendwo ist was explodiert, okay. Boah, hier liegt der Maus nicht. Ich darf gar nichts mehr. Da erneut sich bei einem Fern und Band hin auf die Taupe. Von B. Reaper, was wird das? Reaper. Reaper. Wolltest du mich gerade umbringen, Reaper? Du hast noch den Dead Ringer, dich kann man doch nur einmal töten. Ahaha. Ich dachte gerade. Ich würde sagen, einfach N und Reaper zum Abschluss freigeben. Wieso ich? Wieso ich? Kann man, kann man mal machen, ja. Könnte man tun, ja. Ich vertreib. Komm her, du blöde Kugel. Okay. Ja. Stordi und ich sind es nicht. Ja. Wenn ich von Wann war, sind wir es auch nicht. Ja, ich war hier mit Snay. Ja, das kann ja jeder aber abführen. Also, mir drei können es nicht gewesen sein, denn die ist irgendwie da hinten in den Raum gesdroppt. Die ist hinter der Wand, wir können ja nicht hinter die Wand schießen quasi. Also, Wanners, Snay und ich sind schon mal safe. Einer von euch. Wir sind auf jeden Fall Eno-Zent. Einer von euch drei. Es sind jetzt drei Menage-Atoires, einer von denen ist am Lügen. Ja, wie kann man durch eine Wand so eine Bombe schießen? Ja, das ist... Wir lügen dich. Ja. Das sag ich auch. Komm, wir suchen die. Ja. Wir suchen die Tatverlässigen. Achso, hier würde ich auf den Gang, ne. Wegen Fässer und so, ne. Gibt's schon. Ein wenig fälsig. Gefahren. Ja, ne. Wir sind dann auf den Leichen. Was war da? Das waren die Fässer. Keine Ahnung. Hab ich ja gesagt. Da ist jemand tot. Felix ist tot. Der hat sich umbringen lassen. Er hat sich selber umgebracht. Keine Ahnung. Was soll das mit dem Fass? Unser... Unser Dreieck hat nicht gelogen. Das heißt, äh... Weeper ist es. Ja. Aber wie ist... Weeper ist es, ja. Wenn ihr... Es gibt E-Pers wo T ist, oder? Das ist falsch. Macht euch nur schädlich, äh, hier. Traurig. Wie auch immer, wenn ihr mich tötet. Ja, okay. Traurig. Ich bin Inno, also... Ich weine dann nicht. Wieso? Ich werde hier verfolgt. Was ist das denn? Von wem? Unser. Ich glaube, Wanva ist T. Wieso? Keine Ahnung. Weil du T bist. Und der ist tot. Was haben wir denn T? Ja, Wanva ist T. Ja, Wanva ist T. Scheiße. Hey, Wanva! Ich dachte, beide laufen. Also, es ist Wanva jetzt wirklich T. Ne, war, kann ja nicht T sein. Ja, Wanva ist T. Er hat ja nicht geschossen. Nee, wieso? Ich kann das Ding ja nicht geschossen. Weeper ist doch T. Achso, Weeper. Wieso bin ich T? Ich weiß es auch nicht. Irgendeine muss doch T. Ja, weil er der Einzige aus diesem anderen Dreieck ist. Also, als der Friendship vorhin runterkam, oder was auch immer das war, wurde ich abgeschnitten von euch. Ne, ne, das kannst du nicht mehr beweisen. Du hast keine Zeugen. Äh, doch, es war eine Bowlingkugel bei mir. Wie sag ich das? Wenn, 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 wenn der Detektiv aus dem Todesreich reden könnte, ne, dann, äh, dann, äh, ja. Wie sah die Bowlingkugel aus? Ja. Äh, sie war beseelt von Waldo. Äh, Waldo. Okay, wir gehen dahin. Wir gehen zur Bowlingkugel, ja? Die ist im, äh, Friendship Beam aufgelöst worden. Aha. Was? Und ich knall dich jetzt gleich ab, Snape. Was ist denn mit den anderen? Warum reden die nicht mehr? Das nennt sich, ähm, Unterdrückung von Beweismitteln. Ja. Wer, 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 Beweismitteln? Also, Repa, sie machen sich hier immer weiter verdächtig. Würde ich auch sagen. Total verdächtig. Äh, aber wir haben doch jetzt eigentlich noch zwei Traitor am Leben, oder sehe ich das falsch? Ja. Ja? Ja? In der Theorie ja schon, ne? Das ist natürlich unge... Es sind zwei Innos und zwei Traitor noch am Leben. Ja, also, Team Deathmatch, oder? Ja, hier! Snape! Was? Ich doch nicht! Ja, 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 ja. Reeper, warum lügst du? Okay, dann... Das ist Snape und Vanva, oder? Reeper? Snape und Vanva? Nein, Reeper ist tot. Achso, Reaper ist tot. Ja, das ist ungünstig. Für mich? Wieso? Ja, weil ich von euch erschossen werde. Nee, ist ne Lüge. Möglicherweise. Sicher? Hätte ich direkt auf Snape geschossen, als ich die Ahnung hatte. Was? Du hast Ahnung gehabt? Johnny, was du hast mit dem Feuer? Was? Mit dem Feuer? Ja, das war ich. Achso. Du wolltest schon sagen, mein T-Pollet hätte ich mich verraten. Aber dann war's alles gut. Sehr schöne Runde, Snape. Ja, ne? Also mit mir hat er auch die Runde überlebt fast länger. Ja, passiert. Johnny, das, äh, Detel? Komm mit dem T-Rom, ja? Komm. Hallo? Detel? Es fängt einfach so direkt an. Ist dir mein Fass rollen? Oh Johnny, kommst du mit dem Fass? Nee. Ja, Endo ist gemutet und Felix auch. Ah. Oh, sorry. Ja, sie wollen nichts mit uns reden. Ja. Endo nicht mehr. Da ist jemand abgekratzt. Da ist jemand tot. Lass mein Fass in Ruhe. Ist jemand tot? Ich und mein Fass. 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 Achso, dann hast du. Ja, sorry. Ich hab bloß irgendjemanden abkratzen können. Ja. Na, kein Ding. Dann war's die Frau. Oh, ich schau. Ach nee. Weil du der elendige Frauenvergewaltiger. Oh. Ohohoho. Oh, Felix. Oh, tschüss. Das war ein Fass. Das hab ich gesehen. Hier werden die Menschen mit Fässern getötet. Ja, Felix hat auf'n Fass geschlagen. Hallo, Johnny. Unbewusst. Scheißegal. Und Felix wär noch nicht auf. Johnny, das ist ziemlich gefährlich, glaub ich. Ja, irgendwie schon. Felix hat sich was selbst umgefasst. Er hat auf'n Fass geschlagen. Ja, aber er hört auch, glaub ich, nix gerade. Geht schon gesagt, ja. Ey. Wer macht mir hier Schaden? Waldo hat den Detective erschossen. Das ist gar nicht. Das könnte ein eindeutiges Zeichen sein, ja. Ich glaub Waldo ist innocent. Ja, das ist für's Gemeingut gewesen. Das Proven, oder? Ja. Ey, du Wichse. Okay, ich bin tot. Servus Deutschland. Hm. Schauen wir mal das wieder aus. Äh. Weiß noch nicht, ne? Wo? Also ich hab' auch zwar, aber bringt nicht so viel. Der Satz war super. Ah. Äh. Vorne eher. Ja. Wo den coolen Spiel schon. Du leid. Du leid. Du leid. Was kauf ich mir nur? Ja. Soviel zu. Die Turrets schießen nicht auf einen selbst. Tun sie doch? Ja. So ein Pech, aber. Hehehe. 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 Also natürlich mit meinen Skill, mit Z am Ende, habe ich eh keinen Schaden bekommen. Oh, Alter. Du Spasti. Da, äh, war pure Intelligenz von mir. Ich merk das schon. Oh mein Gott, die schießt mich wirklich ab. Jaja. Das ist super, die Digga. Ja. Das Radar ist total, der ist irgendwo bei dir, glaub ich. Ja, ja, der schießt mich ab. Egal. Das ist eigentlich nicht so egal. Ne, ich wollt's dir nur mal sagen. Aber ihr seid ja schon in der Halle, ne? Mh. Na gut. Hast du da. Na, rounded. Hälfte hat er, glaub ich, ne? Och, verdammt. Hier kommt man ja gar nicht. Ey, ich brauch noch ein Bild. Ein bisschen. Ja, 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 ja. Ich mach ihn ein bisschen drunter. Ich bin zwar gleich tot, aber bis dahin müsst ihr ja, wenn sie Schaden haben. Bin auch gleich da. Ja. Schaust du? Ja. Hier bin ich. Wo seid ihr? Äh, jetzt hier, da wo ich hinschieße. Wo? Wo ich hinschieße, diese Dinger. Ja, 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 ja. Äh, ja. Ich kann mit dem Ding leider nicht, aber nicht schießen. Hey! Dieses blöde Scheißding! Hast du denn Raketenwerfer? Nö. Ich hab mich mit einer blöden Kiste umgebracht. Ich hab schon gedacht. Ey, wie stimmt denn jetzt? Ich hab schon gedacht. Ich hab schon meinen Fass. Jeder braucht nen Fass. Doch nee. Ey, guck mal Waldo. Wie macht mir das ist, äh was? Emo? Emo? Guck mal mein Fass. Oh, nee. Ich glaube das Fass war mal. Nein, mein Fass lebt noch. Wie lange ist die Frage? Wo ist mein Fass? Wo ist mein Fass? Wo ist mein Fass? Äh. Oh, wow. Hier ist ne Faltfurt. Hier wird geboult. Ich hasse die Frauen. Au. So schaust du aus. Okay, wer war noch hier hinten? Waldo hat mich dann gerade auf ne unschuldige Frau geschossen. Also das ist doch super. Ich werd einfach mitten denn angerufen und dann hab ich ein bisschen... Hallo, Waldo. Ja. Ja. Hast du... Bitte was? Welcher Tee hat denn jetzt gerade die... Oh nein, nicht dein Ernst. Hast du... Was? Waldo, das war ja... Wer... Ich dachte, es wäre er gewesen. Die Katze. Das hätte ich... Vor allem, warum? Hier ist einfach nur nix drin. Macht gar keinen Sinn. Es war einfach... Also an den Tee, das war halt ziemlich sinnlos. An Waldo, ja... Oh, Dana. Hier hat einer gesoffen und es war nicht der Detektiv. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, Waldo und ich... Oh, sorry, 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 sorry. Auch nicht, ALDER! Ach, guck mal, was ich will da machen. Wird der jetzt über 100 Dollar verkauft? Ey, Toni, guck wie erzählt. Wie sagt er das mal steht? Schon neu sein. Unkriege. Also, ich tendiere dazu, dass NUT ist. Er wollte mich gerade umbringen. Nein, wollte ich nicht. Herr, was? Nein. Doch, Wanner ist es. Waldo! Nicht Wanner. Hey, ich drauf gar nicht. Wer... Waldo! Waldo kann umgefallen. Ja, ja, klar. Ich habe wieder eine Chance. Confirm, bitte. Confirm erst. Ja, ich muss erst mal... Johnny ist der andere. Frei zum Abschluss. Okay. Ich bin ihm noch Johnny, bitte. Lass mich nicht ein... Soviel zu Johnny. Uiuiui. Mit so einer hohen Stimme. Mit so einer hohen Stimme. Ich habe auch schon das knapp. So. Thumb in up oder... Ne, es war Sugarn out. Hä? Fuck, was ist der Richtige? Ich habe keine Ahnung. Schau mal, Felix hockt hier oben auf dem Automaten. Somebody dead What the fuck Ey So, wir haben ja den Gegenkopf, wird abgeknallt Egal wer es ist Ey, wieso es aber nicht nett ist, finde ich nicht in Ordnung Verstoß gegen die Gegenverkonvention Ne, die haben wir doch erst abgeändert Na doch, schon Ne So Wie ist der zum Fick Was denn? Oh, deine scheiß Kugel Nix, alles gut Kannst du mir nicht mal sagen, wo du bist? Ich habe keinen Radar gekauft, ich Idiot Besser ist das Obkommen wegen Fairness halb, oder? Ne Ich bin doch nicht blöd Ja doch, würde ich schon sagen, oder? Ne Wer schießt denn da? Na ich Wenn ich in Ordnung ist, weißt du es schon, oder? Wieso? Hör ich lecke Hat gereicht Der war geil Ich war kurz vor der Kante Der war gut Oh, fuck Oh, herrlich So, nach dem, nach dem Motto Nope Hauptsache, ich will die Kellnerin einfach nur unter Waldo Der knallt mich komplett ab Einfach so Sehr gut, Waldo Das fand ich schon gute Aktion von dir Ja, schon sehr nett Danke Danke Das einzige, was du gemacht hast Ja, das einzige, was du gemacht hast Felix, war Wie du hier oben auf dem Automaten abgechillt hast Das sah Ja, das sah gut aus Oh, oh, oh Schnell, der macht mir Angst Der macht mir Angst Ich und mein Fass Fass mir Nein, mein Fass ist gestorben Ihr Mörder, sie hat uns das getroffen Mörder Au Irgendwer schießt auf mich Irgendwer hat auf mich geschossen Jetzt freundlich aus, ja Ops, Snake Oh Gott Schnee rast du aus Na, wer wollen denn hier? Achtung, wo, Querschläge on Oh, jetzt hab ich keine Muni mehr Eskalation Hoch die Ende, Wochenende Oh ne, geh weg mit dem Fettsack Ich brauch neue Muni Bei Comics geht auch Töte euch alle Ey, 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 ey Mich greift hier irgendwas an Oh, oh, einer Hier sind ein paar Turtles Turtonate Alter, was macht ihr da? Turtonate Toten Turtles Alter, nee Ihr habt mein Fass getötet Turtonate Klick, klick, klick Ihr Viecher, ihr scheiß Viecher Oh, hier ist ne Turtles Turtonate Hier ist ne Turtles Sag nicht aber ne Turtles Jetzt ne Turtles Jetzt ne Schildkröten So, lad mal noch hier Greenpeace ein Dessen bis jetzt tot Ähm, laufen wir nicht ins Schuss rein Okay Geh weg, geh weg Johnny Geh weg, geh weg Ach du Aschloch Johnny, der war aber nicht so gut Felix, das hab ich gesehen Ja, passiert Aber ich mein, trotzdem ne Hier, Strike, ne Ja, passiert Das sind so Brote Ich seh da irgendwie so Brote Überall herumliegen Brote? Brote, ja Brote, ja Brote, ja Brote, ja Brote, Brote, Brote Brote, Brote Brote, Brote Brote, Brote Brote für die Welt Weiß nicht, ob er da No Ist das Brot denn Loka? Mein Dete Kumpel Ja, klar Von wegen Kumpel Kumpel Beschütz mich Ich bin fast tot Ja Ja, ich kann dich beschützen, indem ich abschieße Kumpel Blasch Kumpel Blasch Kumpel Blasch Kumpel Blasch Wieso hat eigentlich niemand hier, also ich mein Oh ne Somebody dead, yo Somebody dead, ne Ach so, das war das Potsdam Was denn? Siehst du da auch so missing textures Ja Leider Das ist die Schildbrotengranate gewesen Okay Ah ne, nichts so Schlimmes Oh Ich hab mir noch so eine Schildkröte weggeschossen Ah, okay, okay Boah, der ist auch cool Das ist auch cool Warte, ich muss mal schnell meine Waffe ausprobieren Ne, gebraucht Wieso hast du die nicht an Menschen ausprobiert? Äh, darf ich? Nein Du darfst die an, ähm, an Waldo Waldo, mein guter Freund Nein Hallo Nein Nein Tanzt Und wie viel Damage macht dich? Wie viel Damage macht dich, sag mal Zu wenig Zu wenig Oh sorry Ähm Felix hat, äh, diesmal hier Deadwinger, glaub ich Als wär halt schon, ja, hat er, hat er, hat er Aber Felix ist, äh, der E oder was? Ja, ja, Felix ist, äh, 100, 150 Oh Oh Der rechts, ja gut Ja, Felix ist auch rechts, aber er war rechts neben dir Äh, nur rechts an der Seite Oh Gott Okay Den hab ich noch Sehr schön Kommt, wenn braucht man nicht mehr dann Leben Davon ist ein paar Leichen halt Ähm, Reaper Da kommt einer Hm? Reaper Könnt's sein Ich hab ne Plasma Wenn ich Glück hab, stack ich He's dead Ja, keine Ahnung Da ist noch Felix tot Und dann leben nicht mehr allzu viel Äh, Reaper Äh, Reaper Könnt's sein, Reaper Duelliert euch Reaper hat Dings Deadwinger Oh Gott Sehr schön Ja Klasse Felix Da wartet man einmal ab und tötet dich direkt am Anfang Und dann, hm, sowas Ja, das haben halt nur noch wir zwei gelebt Die Traders sein könnten Ja, du hättest dann schon nicht einfach sofort abschließen müssen Naja, ich wollte eigentlich eher noch an die Credits ran Wir hätten schon immer sofort weggeschossen und dann noch eine Änderung von der Entfernung Naja, irgendwie Ich benutze ein Deathringer Ich, 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 gleich mal heiße Deffringer Deffringer Deffringer, Deffringer, Deffringer Deffringer, 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 Deffringer schon Naja, ich hatte ja meinen auch Ich hab nen toten Mann Du musst einfach so dreist sein Und das Ding mitten in der versammelten Mannschaft aktivieren Während alle am quatschen sind Krüchka schmeißen Das juckt jetzt niemanden Mann Einfach der Waldruder Irgendwer ist okay Komm, ich hab das gesehen Er schießt Einer hat getrunken Der Deffringer Der Deffringer Hat getrunken Ich hab aber so'n Deathringer in der Hand Der kommt einer so vor mir Hey, ich hab das gesehen Er schießt Er schießt mich Er schießt mich Mit, mit, mit FHD-Flopper Gute Wahl Oh, ist hängig fest Huch Ja, ja Ich bin schon dabei explodiert Sie hoch ist geschossen Jetzt irgendwelche Ah Ich hab, ich weiß wer der Traitor ist Äh Stop Noob Der, 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 der Johnny Der Johnny Noob Noob Äh, hier ist jemand tot Ich glaube, das war Kollateralschaden Herr Slay Snay call Ah, ist ja ein guter Glück Dass die, äh Dass die den Detective gecallt haben Snay Ich guck mal nach Wer ihn getötet hat Ja? Ja, mach mal Mach mal bitte Hallo? Weylo Weylo ist am shoppen Der ist im T-Raum Ey, was? Er hat ihn erschossen Donnie Der ist im T-Raum Ja, nein Doch, ich hab mich gerade schießen sehen Hey Hüppchen ist es Nein, ist es nicht Das ist eine Lüge Doch, doch Er ist es Ja, hab ihn Er wollte ihn im T-Raum 50% Sag ich bloß Ach, du hast mir nix abgezogen Oh, wer liegt denn da? Aha Was denn? Wo bist du? Als ob ich dir das jetzt sage Als ob ich dir das jetzt sage Ja, dann kaufe ich mir halt nur da Ach, da hinten Ja 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 Von wegen da hinten Was war das denn? Hä? Wo bist du? Überall und nirgendwo Hey Hallo Ja Du bist doch der letzte da lebt Ich weiß Aber das Ja komm Gib dir noch lang nicht das recht Nicht zum töten Zum töten Komm Na komm What the fuck? Wow, 70% Nice Geil Äh Letzte Runde Und hast du Leertaste gedrückt Oder irgendwie? Äh, da stand You will not be revived Ich hab ein geiles Ja, wie gesagt Es gibt immer noch 30% Dass er nicht mehr leben wird Ja Ja Das hatte ich jetzt bisher aber noch nie Ehrlich nicht Ja Erstes Mal Und gleich Nicht wieder Ja, leg mich ja mal aus Kauf's öfters Dann wird's dir auch Ne? Ja Dann krieg ich selbst bei 90% Immer noch nicht die Chance Ja, ne Dann triffst du den 1% Ach ne Ich bin schon wieder Detektiv Das kann doch nichts werden 1% Möchtest du direkt sterben Dann bist du nicht mehr Detektiv Nee Nee Ich hab da noch nicht ja auch Okay Ich doch tue es schwer jetzt Ähm Unzor, hast du gerade auf dich geschossen? Nein Aber ich hab grad damage gekriegt Was? Ich will den Reaper abschießen Der ist Trader Der will das nicht Ja, hier hinten sind ja genug Fässer Ja Ich auch mal ab Jawa Was soll das denn? Ich hab irgendwo ne Sniper gehört Jaja Ich hab die Sniper in meinem Kopf gehört In deinem Kopf In deinem Kopf Naja, vielleicht solltest du einfach mal zum Arzt gehen Das hört sich nicht gesund an Hört sich gesund an, ja Irgendwo muss ein Typ mit einer Sniperin laufen Hallo, hau doch mal ab Mensch Waldo schießt schon wieder auf mich Ja genau Besser ist das Waldo Waldo Willste dann wieder aufs Maul? Und hier Ich hör schon wieder nen Dead Ringer Huch Enno, haben wir einen? Ah ja, ok Ja, ich bin auch Deter Ja, wie gesagt Es gibt das Ding auch in lautlos Deswegen Wieso bist du gehört? Spiedermann, gar nicht Der ist da Mr. Warni Hallo Waldo Raper Willst du jetzt in den Trader rumgehen? Ich hab Raper ist es Weil ich von einem Sniper erschossen wurde Aha War nicht gekauft Raper ist es Der will in den Trader rumgehen Ja, er hat zugespürt Raper ist Kawais Ja Ok Der Raper, der, 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 der Der sieht man schon, dass er Trader ist Es gibt hier Es gibt hier sowas Der wär jetzt hier nicht mal Na und weg ist er Ui Ach hier ist der Hahahaha Das war einfach wo der Typ stehen ATF Ui So, ich hätt gern Bluebird da drinnen jetzt Oha, sind ein paar viele Leute da drinnen Er ist das Name ist Joe China Ne, ist es nicht Nein, ist es nicht Hahahaha Seben, äh sind Proofen Ja, schon Von Weg, du hast doch grad noch gesagt, Raper ist KOS Es war auch scheiß, also Raper und ich sind Ich habe gerade auch auf Wanda geschossen, der T ist Wer hat denn die Bombe aufgenommen? Ja, ich Die zwei sind safe Ne, kommt rein Und dann Ah 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 Jep, da ist grad Venture Der Raum reingegangen Ah Snape Ah 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 Das war meine gute Tat für heute, ja? Übrigens, aufpassen Ah, ja gute Idee So, was habe ich denn noch, ob kaufe ich mir denn noch Äh, das ist langweilig Langweilig Äh 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 Ach ne Nach dem BRC kann man mal wieder kaufen, ne? Ja und Punkt von Krabbelung Akro von E Wann war, lebst du noch? Mhm Ah, noch, noch, noch Doch Ja, von wegen noch Warum hab ich dich wiederbelebt? Da hätt ich doch besser Raper wiederbelebt, ja? Und ihn direkt wieder getötet Das wäre effizienter gewesen Schön Schön bitte, ne? Vernünftige Träterkollegen zu kriegen, ist heute total schlimm Oh ja, das kann ich bestätigen Können froh sein, dass sie Einzelgänger sind Keinen Kollegen, der dich hier nervt, irgendwas zu scheißen macht Äh Bezahlung als Träter ist auch nicht gut Wie viel willkommen Sie, Herr Beete? Nicht genug Auch nicht genug Deshalb höre ich auch heute auf Glück Irgendwiegends eine gute Pension Ähm Hallo Was ist eigentlich Schwank mal getötet? Vielleicht hat er noch einen Punkt gehabt Ach ne, der hatte keinen Punkt Warte Sie, ich hab Ihnen gezeigt, wo ich bin Ach Dort bin ich Bitte kommen Sie dahin Herr Beete, kommen Sie? Nee, ich komm nicht Doch nicht? Nur zu mir Also echt Wobei sie auch Mindestland kriegen, ja? Müssen sie aber trotzdem ihre Arbeit machen Und grad da hatte man aber auch nicht gehabt Sie ist sehr klar Nächstes Mal wusch's, wäre ich dem besten Kollegen Könnt ihr euch vielleicht irgendwann mal treffen oder so? Nein! Komm schon! Ich höre so komische Stimmen Ich glaub ich wäre ein paar Mal nur hin AHHHH Was war das? Gucken Sie Fußball? Nee, ich nicht Äh, der wird Kommelt Außer ich bin tot Aber Was ganz wichtig ist Es gibt ein neues Ice Dave Movie Ganz wichtig Wenn das Segen wir kennen Herr Deete, da sind sie ja! Ich hab dich schon vermisst Och Herr Deete, nicht so aggressiv, ja? Jaja, von wegen Dete, so geht das hier nicht weiter, ja? Ich brauch ne andere Waffe Dete, so geht das hier nicht weiter, ja? Ich brauch ne andere Waffe Äh, wo ist der Deete? Dete, wo sind sie denn? Dete, wo sind sie denn? Hast du kein Radar? Danke Ja Sehr gut Ab Moli bitte So was glaube ich, ich höre jetzt auf Auf Wiedersehen, tschüss Und tschüss So was